Wo soll ich auch nicht schon in die Linse oder zu dir? Darf ich es auch so sagen? Nein. Jetzt kommt Nervosität. Keine Ahnung. Können wir nochmal anfangen? Okay, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Noch eine Frage stellen bitte. Was macht GIFAS? GIFAS macht vieles. Wir haben sehr viele verschiedene Produkte. GIFAS bietet verschiedene Lösungen an im Bereich Strom und Licht. Die Produkte der GIFAS zeichnen aus... Nachhaltigkeit. Widerstandsfähig. Kundenbetreuung. Langlebig. Einfach die beste Qualität. GIFAS zeichnet für mich aus. Es ist ein familiärer Zusammenhalt. Ein sicherer Arbeitsplatz. Es ist abwechslungsreich. Und ja, ich mag das flexible Arbeiten. Und man kann sich selber sein, man muss sich nicht verstellen. Das ist wirklich schön. Man muss sich wirklich nicht verstellen. Sehr harmonisch. Ja. Also GIFAS ist ein grosszügiger Arbeitsgeber. Man fühlt sich nicht, als ob man bei der Arbeit wird. Sehr sozial und kollegial. Es ist einfach eine wunderbare Atmosphäre. Es ist einfach wirklich so. Also GIFAS Elektrik hat sehr viele Benefits. Es gibt ein Massageangebot. Gratiseintritt für den Zoo. Mitarbeitergeschenke, wenn man Geburtstag hat. Wir haben die Früchte, die es gibt. Und eben die Events, die wir immer machen. Skitag. Grillfest. Schlittchen. Weihnachtsessen. Es ist immer ein Nehmen und ein Zurückgeben. GIFAS vereint Teamgeist. Ein dynamisches Umfeld und eine aufgeschlossene Haltung gegenüber Neuem. Werde Teil von unserem Team. Werde Teil vom GIFAS Team. Werde Teil von unserem Team. Und bewerbe dich jetzt. Sag ich den Satz nochmal. Werde Teil unseres Teams. Und bewerbe dich jetzt. Bin ich drauf gsi? Ja. Perfekt. Dankeschön. Ich hasse da. Ich soll nicht ja gesagt. Nein.